Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen uns heute zusammen die smarte Video-Dorbell G4 vom Hersteller Acara anschauen. Die ist richtig spannend, denn sie unterstützt unter anderem auch HomeKit Secure Video und sie kann per Strom verbunden werden oder auch mit Akku betrieben. Ist also sehr vollgepackt mit spannenden Features. Vielen Dank für Acara, die dieses Video unterstützt haben. Wir schauen sie uns jetzt als erstes im Detail an. Viel Spaß! Zu Beginn schauen wir uns natürlich wie immer den gesamten Lieferumfang einmal an. Das alles, was hier in der Verpackung drin ist, das liegt jetzt hier bei mir auf dem Tisch. Hier hat man eine kleine Montageplatte, kann entweder geschraubt werden oder hier auch geklebt. Batterien sind im Lieferumfang mit dabei, weil ich habe ja gerade schon gesagt, man kann sie entweder an den Strom anschließen, die Video-Dorbell, oder auch bis zu vier Monaten mit Batterien betreiben. Dann ist Befestigungsmaterial mit dabei, ein kleiner Schraubendreher, ein USB-A auf USB-C Kabel und hier dieser Chime Repeater. Das ist auch so, dass man das Teil hier zuerst installieren muss, steht zumindest in einer Bedienungsanleitung. Da kommen wir aber natürlich gleich zu. Das ist natürlich ein Türgong, das heißt, könnt ihr irgendwo in der Wohnung weiter hinten platzieren. Wenn vorne einer an der Tür klingelt, dann klingelt auch dieses Teil hier. Hier unten ist ein USB-C-Anschluss. Hier kann eine Micro-SD-Karte rein für bis zu 512 GB und auch hier auf der Rückseite sieht man, das ist da hier so ein Klebepad mit dran. Und hier natürlich die Video-Dorbell selbst. Hat eine Auflösung von 1080p, 162 Grad Winkel und gibt auch eine Gesichtserkennung hier mit drin. HomeKit Secure Video und generell wird hier alles, zum Beispiel auch die Gesichtserkennung auf dem Gerät, passiert hier auf dem Gerät und da gehen keine Daten nach draußen. Man kann hier diesen Türgong vorne drücken, das ist halt hier diese Taste und dann klingelt es natürlich in der Acara-App, wo das Ganze auch natürlich hinzugefügt wird. Hier an der Seite sieht man noch ein kleiner Lautsprecher ist hier vorne verbaut. Auch hier wieder hat das Ganze hier so ein großes Klebepad oder man kann das Ganze natürlich auch schrauben. So sieht es von der Unterseite aus. Hier ist der HomeKit-Code mit drauf. Ich mache das als allererstes so. Ich werde jetzt einmal das Ganze installieren. Die Installation zeige ich euch selbstverständlich auch einmal und werde das dann darüber moderieren, um zu zeigen, wie gut das funktioniert, ob ich da irgendwie auf Probleme stoße. Wenn das Ganze installiert ist, dann probiere ich das Ganze auch ein bisschen länger aus. Danach spreche ich über die Funktionen. Das heißt, ich werde euch gleich die App zeigen, welche Funktionen man hat, wie gut das Ganze funktioniert, werde dann natürlich auch meine Erfahrung mit einfließen lassen. Zum Schluss noch mal kurz meine Meinung. Jetzt geht es aber direkt mit der Installation los. Die Installation der Videodowerball ist wirklich schnell und einfach erledigt. Es startet alles mit der Inbetriebnahme des Chime-Moduls. Das wird einfach per USB-C mit Strom versorgt. Ein Kabel ist mit dabei im Lieferumfang, aber leider kein Netzstecker. Den müsst ihr euch dann noch selber besorgen. Ja, das Ganze wird dann einfach in die Acara-App eingerichtet. Das geht wirklich schnell und simpel. Funktioniert dann auch über den HomeKit-Code. Hat bei mir sehr einfach funktioniert. Und wenn man das gemacht hat, dann braucht man einfach nur noch die mitgelieferten Batterien in die Videodowerball selber einlegen. Ich wollte das Ganze ja auch eben batteriebetrieben bei mir installieren. Dann sind die vorab miteinander gekoppelt worden. Das heißt, man braucht da nicht mehr die Geräte miteinander irgendwie verbinden, sondern die sind dann direkt verbunden. Danach geht es dann einfach direkt an die Anbringung der Videodowerball. Da kann man sich dann entscheiden, ob man das Ganze per Schrauben befestigen möchte. Ich wollte das Ganze natürlich einfach kleben und das habe ich auch gemacht. Vorher einmal kurz abgemessen, auf welche Höhe. Das soll so 1,40 bis 1,50 hoch, damit man dann auch über den richtigen Blickwinkel hat und auch die Gesichter im Blick hat. Und ja, einfach hinten die Klebefolie abziehen. Darauf achten, dass das Ganze gerade angebracht ist. Andrücken und das hält dann wirklich bombenfest. Ja, das war das tatsächlich schon alles. Das, was danach kommt, das wird alles in der App erledigt. Und was man jetzt alles so für einen Funktionsanfang hat und was man in der App alles machen kann, das zeige ich euch im nächsten Schritt. Ja, das war die Installation. Das hat wirklich alles super einfach funktioniert. Erst die Einrichtung von diesem Scheibenmodul, danach die Kamera selber. Die sind direkt miteinander verbunden, also kann man direkt loslegen. Mit dem Kleben hat das auch super einfach funktioniert. Ich habe das hier auch mit der Klebelösung gemacht. Das hält bombenfest. Also finde ich super gut, dass man hier auch einfach kleben kann und nicht schrauben muss. Okay, dann schauen wir uns das Ganze auch nochmal in der App an. Ich blende hier die App für euch ein. Ich habe das Ganze in die Acara-App eingerichtet, in der ich schon selber ganz viel Zuhause nutze. Ich kann hier das Home wechseln. Hier seht ihr, hier ist mein Zuhause. Oder hier eben das neue Büro. Hier habe ich jetzt nur die Video-Double integriert. So sieht es aus, wenn man sie anklickt, dann wird immer automatisch das Live-Bild hier gestartet. Die Video-Qualität muss ich sagen, die ist vollkommen in Ordnung. 1080p, das ist jetzt nicht die allerbeste Qualität. Ich sage mal, jedes Smartphone nimmt wahrscheinlich Videos in besserer Qualität auf. Aber es langt vollkommen, um wirklich deutlich zu sehen, wer vor der Tür ist. Auch nachts mit dem Infrarot funktioniert das. Je schlechter die Lichtqualität ist und bevor es in den Infrarot-Modus überspringt, desto krisseliger wird das Bild. Aber tagsüber, gerade wenn ihr es in der Haustür ausnutzt, kann man da wirklich super alles erkennen. Also für mich eine vollkommen ausreichende Qualität. So, jetzt möchte ich euch einmal zeigen, was man hier generell machen kann. Ihr seht generell oben, Signalstärke und auch die Batteriestärke gerade natürlich wichtig, weil ihr ja auch möglicherweise wissen wollt, wie lange das Ganze über den integrierten Akku hält. Ich kann dazu noch keine Erfahrungswerte wiedergeben, weil ich habe die Kamera jetzt erst ein paar Tage hier im Einsatz. Hier unten seht ihr, was hier wann alles passiert ist. Und ihr könnt direkt so über dieses Telefonsymbol mit der Kamera sprechen. Könntet aber auch hier ein Snapshot machen. Ich gehe jetzt einmal mit euch durch die Einstellung durch. Das sind eine ganze Menge. Ich versuche das hier mal auf die wichtigsten zu beschränken. Hier ist natürlich der Name, Standort und so weiter alles integriert. Geräte, Einstellung und hier hat man wirklich sehr, sehr viel. Das Türsignal wird euch angezeigt. Hier oben Einstellung der Türklinge. Hier könnt ihr verschiedene Dinge einstellen, zum Beispiel Sprache, Geräte, Lautstärke. Wenn ihr eine SD-Karte integriert habt, könnt ihr das euch hier alles anschauen. Was ich aber sehr, sehr wichtig finde, ist hier oben der Arbeitsmodus. Ich habe es jetzt auf Energiesparmodus gestellt und das bedeutet, dass ihr wirklich nur eine Benachrichtigung bekommt, wenn jemand klingelt. Und das ist das, was ich möchte. Ich möchte, wenn hier jemand klingelt, dass ich hier benachrichtigt werde. Der gewöhnliche Modus, der macht dann auch alle anderen Dinge, aktiviert diese, wie zum Beispiel auch eine Bewegungserkennung. Wenn einfach jemand an der Tür vorbeigeht, kriegt er auch eine Push-Mitteilung und die Kamera nimmt das Ganze auf. Das möchte ich in meinem Fall jedoch nicht, weil das ist halt hier ein Bürogebäude. Hier sind auch andere Büros und die möchten nicht unbedingt vielleicht, dass ständig, wenn die dran vorbeilaufen, dass ich das immer speichere. Und mal davon abgesehen, ist es wahrscheinlich in Deutschland, ich bin da nicht ein Rechtsparater, aber mit Sicherheit ist es auch nicht erlaubt, einfach generell jeden überall zu filmen und das auch zu speichern. Deswegen habe ich das so eingestellt, dass nur wenn geklingelt wird, ich eine Benachrichtigung bekomme. So, gehen wir zurück. Hier könnt ihr den Klingelton einstellen, hier gibt es verschiedene Klingeltöne voreingestellt oder ihr könnt auch eigene hochladen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt die Lautstärke einstellen. Bei den Videoeinstellungen könnt ihr das Wasserzeichen aktivieren, eine Lens-Correction, die Infrarot-Nacht-Sicht könnt ihr auf Automate stellen. Privat-Fähren-Maskierung ist auch wieder sehr interessant. Da könnt ihr dann halt eben Bereiche ausgrauen, wie zum Beispiel hier Türen, die nicht zu euch gehören, um dann dementsprechend den Nachbarn zu schützen. So eine Privatsphäre zu schützen, könnt ihr hier so eine Maskierung einsetzen, wenn ihr das möchtet. So, was ist noch wichtig? Gesichtserkennung. Die Kamera kann verschiedene Gesichter erkennen und kann euch dann nicht nur sagen, da ist jemand an der Tür, sondern dass da jemand Bestimmtes an der Tür ist. Könnt ihr machen. Erkennungseinstellung. Hier könnt ihr sagen, worauf die Kamera reagieren soll. Gesichtserkennung, wenn sich jemand etwas länger vor der Tür aufhält, wenn jemand an der Tür klingelt oder eben auch, wenn jemand versucht, die Kamera gewaltsam zu demontieren. Verknüpfte Geräte könnt ihr hiermit steuern, wenn ihr eben möchtet, dass ihr mehrere AK-Geräte habt und möchtet, dass wenn jemand an der Tür klingelt, dass irgendwas anderes damit reagieren soll. Könnt ihr das hiermit auch machen. Ja, ansonsten gibt es hier keine mehr so wichtigen Optionen, die wichtig sind. Aber diese Kamera ist ja auch so besonders, weil sie eine HomeKit-Video-Double ist und meines Kenntnisstands nach immer noch die erste, die HomeKit Secure Video unterstützt. Einfach nur mal, dass ihr das gesehen habt. So sieht das dann in HomeKit aus. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr das Ganze in HomeKit nutzen wollt und dann auch von unterwegs, also nicht nur aus dem eigenen WLAN, auf die Kamera zugreifen wollt, dann bräuchte ihr halt eine Steuerzentrale, wie zum Beispiel hier bei mir ein HomePod Mini, den ich hier hinten hingestellt habe oder ein Apple TV. Und dann könnt ihr auch aus der Ferne darauf zugreifen und dann könnt ihr natürlich Automation mit ganz, ganz vielen verschiedenen HomeKit-Geräten hier auslösen und ihr könnt halt eben auch den gesamten Videodatenkram auf der Apple Cloud, also eurer Apple Cloud speichern und nicht irgendwelche Acara-Server schicken, wenn ihr das nicht möchtet. Ihr braucht aber für mindestens die 50 Gigabyte das Abo. Bei Apple, dann könnt ihr eine Kamera integrieren, bei dem 2 Terabyte Abo könnt ihr dann so viele Kameras integrieren, wie ihr das gerne möchtet. Ja, hier kann man das dann eben sehen und hier könnt ihr auch ganz viele verschiedene Dinge einstellen, wie man das eben von HomeKit-Geräten gewohnt ist. Ja, das sind halt jetzt meine Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe. Das hat auch wirklich sehr gut alles funktioniert. Also wenn jemand an der Tür geklingelt hat, habe ich die Nachricht bekommen, konnte sogar auf meiner Apple Watch diese Nachricht sehen, dass da irgendjemand klingelt. Dann muss man halt die App öffnen, was sich da ein bisschen, naja, nicht schade, aber man muss halt zusätzlich auf den Telefonknopf hier drücken, damit man dann auch wirklich mit der Person sprechen kann. Aber insgesamt hat hier wirklich alles sehr, sehr zuverlässig funktioniert, dass es eben ohne Verdrahtung möglich ist, mit integrierten Akkus ist, also nicht mit integrierten Akkus, mit Batterien, die man einlegen kann. Finde ich richtig cool und dann sprechen wir nochmal kurz über meine Meinung zur Acara G4 Video Double. Ja, meine abschließende Meinung zur Akara G4 Video Double. Ja, sie kam so ein bisschen wie Faust auf Auge, denn wir haben ein neues Büro und ja, hier kommen Pakete an, ich bin nicht immer da, dementsprechend muss ich vielleicht auch mit demjenigen vor der Tür sprechen. Und das hat alles super gut funktioniert, mir gefallen hier viele Punkte. Das Ganze funktioniert über HomeKit, HomeKit Secure Video. Ihr könnt wählen, ob ihr sie verdrahten wollt oder auch über Batterien laufen lasst, das finde ich richtig cool. Bei der Anbringung habt ihr viele Möglichkeiten, ihr könnt das entweder anschrauben oder ihr könnt das Ganze kleben, auch da seid ihr sehr flexibel unterwegs. Und dann hat hier in meinem Testzeitraum auch wirklich alles richtig gut funktioniert. Ich habe immer die richtigen Push-Mitteilungen gekriegt. Die Videoqualität ist ausreichend, auf jeden Fall für den Fall, was ihr da wissen möchtet, ob da jemand vor der Tür steht, dass ihr die Person erkennt, ist ja auch immer sehr, sehr wichtig. Auch das Sprechen über die Türklingel hat funktioniert, also die Person, mit der ich gesprochen habe, hat auch alles verstanden. Dann habt ihr viele verschiedene Möglichkeiten in der App. Ihr könnt alles über die Acara Produkte nochmal mit Automation versehen, könnt über HomeKit ganz viele Automationen starten. Und dann passt auch noch der Preis, denn sie kostet ein Tick mehr als 100 Euro. Und da finde ich, da ist dann das Paket wirklich sehr rund und hat mir gut gefallen. Das ist mein Video und mein Eindruck zur Acara Video Doppel G4. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Wenn ihr Lust habt, noch ein weiteres Video zu schauen, findet ihr das direkt hier. Und da unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.